Ja, das sind wir auch schon wieder mit Mass Effect 3. Letztes Mal hatten wir ein bisschen viel erreicht mit den ganzen Methoden, die wir gemacht haben. So wie zum Beispiel die Akademie gerettet und eben den Gipfel gemacht. Und ja, wir haben jetzt schon ein paar neue Missionen bekommen. Allerdings, K-Base, da müssen wir auch was machen. Aber wir machen jetzt erstmal die etwas ältere Mission, und zwar das Sarahs Labor. Und ihr dürftet auch jetzt, ja, ihr dürftet mich jetzt auch um einiges, ja, zum Beispiel jetzt verstehen, sondern, ähm, im Hintergrund dürft ihr jetzt keinen Sound mehr hören, vom Ingame. Denn, ja, ich nehme jetzt Kopfhörer. Ja, landen wir mal. Und, wir nehmen mal Edi. Und, James. Denn Gareth war ja die ganze Zeit verreckt. Das finde ich doch sehr schade, weil im zweiten Teil war eigentlich immer ziemlich gut. Die Scopeen lasse ich mal. Die Scopeen lasse ich mal. Die Scopeen lasse ich mal. Ja, bei mir brauche ich nichts ändern. Ähm... Dann tun wir mal Barbe hoch machen. Schlagen wirkt Radius. Und Kraft. Hä? Das geht gar nicht hoch. Egal. Das nehme ich trotzdem mal. Und ich hätte bei Ihnen alle noch was machen können. Egal. Commander, ein Rufsignal von Admiral Hackett. Stellen Sie ihn durch, Lieutenant. Shepard, wir haben ein geheimes Cerberus-Labor entdeckt. Funktion unbekannt. Ein Erkundungs-Team musste sich zurückziehen, bevor Ergebnisse vorlagen. Weitere Infos? Wir glauben, Sie lagern und studieren in der Anlage Reaper-Tech. Wir haben uns gefragt, was Cerberus mit den Reapern zu tun hat. Und dort liegt vielleicht die Antwort. Wir sind dabei. Finden Sie raus, was Cerberus macht. Und bringen Sie mir Proben von Reaper-Tech, Commander. Eichert Ende. Dann machen wir es doch gleich mal. Okay. Credit. 3000. Sofort! Weeper Artifakt. Weeper Artifakt. Weeper Artifakt. Churps. So. Credit. Ich weiß, dass ich beschossen werde. Aber... Ne, ich meine, ich werfe mich tot. Komm schon. Komm schon. Okay, wir haben 4 Schuss pro Magazin. Das ist doch ein bisschen... Man treffe mich tot. Wir sind sehr wenig. Weeper Artifakt ist korrig. Auf die Probe. Auf die Probe. Erstanden. Dann... Die Absatzposition. Aber erstmal Credits nehmen. Tragbuch eintragen, verschönliche Logs, ey Master, ist endlich angekommen, wow, die Tropfen hier meines wirklich ernst, keiner lächelt, nie, und Selbstmord, wenn ein Suchbefehl für dich verliebt, im Ernst, sie nennen das Training, Integration, ich werde ab morgen integriert, kannst kaum erwarten. Ja, ich denke mal, dass die dann genau das mit den Waffen, wie die da gesehen hatten, und das wäre doch ein bisschen blödes, ich würde es nicht mit mir machen lassen, bewusst. Ich denke mal, wie die hier lang. Ich denke, ich habe ihn gerade gezahlt, achso, oh, cool, die Semtex. Ich muss aber auch erstmal mit klarkommen. Und ich bin tot. So offensiv gestanden. Okay, we're going. Oh, na, kann man nicht mehr. Oh, nicht mehr zu treffen. Ah, war eine Kampftechnik, wenn die Gänse hatten, die wurden. Irgendwie die Waffe ist ja cool, aber musst du auch erstmal nicht klarkommen. Stirbgeschirps. Stirb-Techniker. Oh, tot. Ja, er ist auch tot. Ist ein Thermomagazin gesammelt. Tagbuch-Eintrag. Verständnis der Logs. A-Master. Sindikation erfolgreich. Selbstmord bei Suchbefehl bestätigt. Servus ist mein Freund. Gehorchen. Menschheit beschützen. Um jeden Preis. Ja, wie ich mir dachte. Gedankenkontrolle. Stirb. Das hat irgendwie nichts falsches Skill, aber egal. Geschütztboot. So, dann mal schauen, da können wir die Garte deaktivieren. So, eindämmen. Da vorne steht noch ein Hyper-Tag. Ja, mein Hyper-Tag. Ach so. Tiefkommander, Landeplatz heiß, musst nämlich zurückziehen. Ab drei Vögel auf 6 Uhr, werde beschossen. Vergessen Sie, es ist in 4. Rote Fuso baldmöglich, Ende. Ne, das ist cool. Hä? Sie hatten auch den Typen warten. So, dann kam er ein Pfeil ins Knie. Konzentration, es ist nicht vorbei. Ich bin voll und schlumpf durch dich. Boom. Jetzt bin ich schon los, los. Nachladen. Na gut. Nachladen. Na guck, die hier steht. Ah, schießt auf, sie wird immer nur angezeigt, wenn ich gerade helfe. Kortes, hören Sie mich. Wie ist Ihr Status? Kämpfe gegen mehrere Ziele. Können ein bisschen auskrank werden. Wünschen Sie mir Glück. Boom. Das sah cool aus. Dann suchen wir einen anderen Weg. Weiter kämpfen. So, der ist tot. Ich dachte schon. Ja. Wiederbelebt. Hoffen wir ein bisschen. So. Na dann. Aber ich frag mich, wieso wir nicht gleich alle holen können und erst danach zurückgehen. Kann auch das! Tot. Das ist tot der Kanal. So. Ich sterbe keine Kanal. Ich denke, der ist tot der Kanal. Du bist guter. Denn das ist alles, keine Kanal. Ich glaube. Dann verschwindet die Ecke. Die Ecke ist das. Was jetzt? Er schafft es! Wir müssen nur den Landepflatz frei halten! Oh oh! Da ist ne Wachefrau uns. Die hat uns schlecht geworfen. Doch! So schnell runter an. Denn wir wollen ihn ja nicht umsonstet. Nachschlagen. Und ich will gleich tot, wie es aussieht. Oh, Granate! Tod. Gut hallo, achte ich krieg. Oh, die Stangen. Aber... Ist ja wohl zu bisschen... Ist ja irgendwie... Sterakrass. Ausbau! Bereit zur Abholung! Mit Leichter! Boah, ich hab jetzt noch nie die Kitten mehr wegen den... ...den... Tja... Mal schauen! Tja... Mal schauen! Alle Reapertech konnten wir nicht holen. Schade! Kommander, unsere besten Techniker sehen sich gerade die Reapertech aus dem Labor an. Was hat Cerberus damit gemacht? Das wissen wir noch nicht. Aber was Cerberus auch vorhat, es kann nichts Gutes sein. Selbst wenn wir den Zweck nicht rauskriegen, haben wir ihre Experimente gestört. Sie werden deshalb nicht aufgeben. Stimmt. Wir werden die Anlage weiterhin angreifen. Gute Arbeit, Commander. Wey... Blust ins Ruf. Ex Cerberus. Als die Methoden... Als die Methoden des Unbekannten extremer wurden, verließen fähige Akern Cerberus. Sie haben ihre Hilfe gegen die Reapertech angeboten und wollen alles tun, was sie können. Yay! Wir brauchen auch jede Hilfe, die wir kriegen können. Das mal... Schauen jetzt mal... Und vielleicht kennen wir die Hilfe, die wir kriegen können. Dann kann ja irgendwann auch Miranda zurückkommen. Turianes sind keine Vögel. Schlampe. Fliegen wir mal zurück. Und... Ich weiß nicht, ich glaub nun kein Plus. Signal bestätigt. Uh... Da ist was. Untersuchen. Frack, 200 Reaktiv-Einheiten... äh... Ja, erkunden. 50% Aktivposten erhalten. Yay, da ist noch was. Die Luftbahn anfliegen. Scanner starten. Ah, das ist ja... So, was ist es? Immer schönes, komm schon. Wo hast du da gar nichts angezeigt? Ach doch, Raketenwerfer. Schäfflin! Yay! Wir haben ne Schäfflin gefunden. Okay. Hm, ich glaub da ist nichts mehr. So... Ja, da drüben ist was. Äh, ein Dekor ist das jetzt noch was, Sylvie? Egal, es ist dem Anfliegen. Skepsis zu 100%. Ich habe etwas gefunden. Hey, ohne Luftbahn anfliegen. Dann... Scanner starten. Und... Was ist das denn hier? 10.000 Credits. Auch mein Anfang. So, dann ist hier noch was. Untersuchen. Wahrscheinlich wieder. Yay, 350 Einheiten. Streifstoffe erhalten. Praktisch das für... Praktisch das für ein Hinflug. Aber wie ihr seht, 100% Aktivposten erhalten. Das heißt, wir haben schon alles... ...gerkundet da. Allerdings sind die MIPA auch schon aufmerksam geworden auf uns langsam. ... ... ... ...